Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es soweit ganz gut. Ja, ich war wieder shoppen. Ich war wieder online shoppen. Und meine Bestellung kam heute an. Und da habe ich natürlich gesagt, werde ich wieder ein Heu für euch abdrehen. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich liebe Shopping-Halls. Ob es jetzt mit Deko zu tun hat oder so, was ich am liebsten mag, ist so Weihnachts-Shopping-Halls, Halloween-Shopping-Halls oder einfach generell Bücher-Halls mag ich auch sehr gerne. Und ich weiß auch, dass viele von euch da draußen die Shopping-Halls mögen. Da dachte ich mir, ja komm, dann zeige ich euch auch, was ich mir bestellt habe. Also, vorab, es sind die meisten Sachen, also die meisten Sachen sind fürs Awesome, ja, gedacht. Also die werdet ihr dann auch öfter auf diesem Kanal wiederfinden. In anderen Videos. Genau. Naja. Was ich auch nochmal sagen wollte, das ist alles unbezahlte Werbung. Ich habe alles von meinem eigenen Geld bezahlt. Und ein bisschen Fabric Sounds. Das mache ich eigentlich auch nie. Müsste ich auch mal öfter machen. Ich wollte einfach mal sagen, wir fangen an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja. Also. Starte ich doch einfach mal mit den ersten drei Produkten. Meine Bestellung bestand halt, wie gesagt, aus neun Trägern. Dann habe ich mir auch nochmal neue Hängeregale bestellt. Die werde ich jetzt im Video nicht zeigen. Weil die habe ich schon aufgehangen. Ähm, hier neben mir. Einfach halt für die Trigger, dass ich nochmal ein bisschen mehr Stauraum hier habe. Weil mein Tisch, der war schon mehr als, also wie sagt man, der ist schon sehr überladen gewesen. Und der wäre bald zusammengekracht. Weil hier so viele Trigger drauf waren. Dann habe ich die mitbestellt. Die war noch nicht so teuer. Ich glaube eins, fünf oder, also eins hat fünf gekostet. Die anderen beiden, äh, ich glaube sieben, acht Euro. Also es waren drei Stück insgesamt. Und die habe ich aufgehangen und habe schon die Trigger eingeräumt. Und jetzt habe ich hier auch mehr Platz. Naja, deswegen werde ich die jetzt nicht zeigen. Aber kann ich euch ja trotzdem erzählen, dass ich die mitbestellt habe. Dann, äh, zu den drei Produkten, zu denen ich jetzt kommen wollte. Und zwar, ähm, die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich liebe, liebe, liebe Handyhüllen. Und, ähm, ja, ich habe mir natürlich wieder Handyhüllen bestellt. Die zeige ich euch jetzt. Ähm, ja, das sind einmal die drei. Und die zeige ich euch jetzt nach und nach. Fangen wir an mit der, ja, ersten Handyhülle. Das ist jetzt, äh, spiegelverkehrt bei euch. Aber hier steht Taylor. Für Taylor Swift natürlich. Und hier unten die Gitarren. Genau. Ja. Ich bin ja schon, seitdem ich kleines Kind bin, mega der, oder seit, seit früher, sag ich mal, mega der Swifty. Damals wusste ich nur nicht, dass diese ganzen Lieder, die ich so cool fand, wie, ja, Blank Space oder, ähm, ne, diese Hits von Taylor, die gefühlt jeder kennt. Und, ähm, die meisten aus dem Album 1989, die habe ich früher so geliebt, die Lieder. Und damals war mir der Begriff Taylor Swift schon bekannt, aber ich wusste damals nicht, dass diese Lieder von ihr waren. Und jetzt tue ich Dodged Bowls Department, das neue Album von Taylor, was rauskam im April. Bin ich halt so wieder in diese Swifty-Phase gerutscht und jetzt, ja, zurzeit bin ich wieder richtig dabei. Und deswegen habe ich mir dann diese Handyhülle ausgesucht. Ich habe die jetzt aber auch nur genommen, weil die war jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, ich weiß nicht, so knapp 5 Euro. Also, ähm, die gab es auch in schwarz, also das, das weiße hier schwarz wäre und der Text hier weiß. Die fand ich sogar schöner als die hier, aber ich habe es erst im Nachhinein gesehen. Naja, die ist aber auch schön. Die hat aber auch hier unten schon irgendwie so einen Fleck, der nicht abgeht, so einen schwarzen. Naja, ist nicht schlimm, aber das war die erste Handyhülle, aber auch, ähm, nicht das letzte Taylor Swift Produkt, sag ich mal, was ich bestellt habe. Da kommen noch einige weitere. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Handyhüllen. Ähm, dann habe ich hier diese, ja, 3D-Handyhülle mit diesem süßen Teddybären drauf. Ja, eigentlich kann man diesen Teddy hier auch rausnehmen und wie so ein Popsocket dann so halten. Ähm, aber ich habe diesen Teddy mit Sekundenkleber drauf festgeklebt, weil, naja, mir war das irgendwie schon von Anfang an klar. Mich würde das irgendwie nur nerven und die Hülle war dann auch so, also der hatte so ein bisschen gewackelt, der Teddy. Und durch den Sekundenkleber ist das jetzt hier auch richtig schön, ähm, stabil geworden. Und, äh, ja, genau, ich fand die Hülle einfach so süß. Ich habe auch eine ähnliche mit so einem Dino. Ähm, dann habe ich die hier noch gesehen, diese Teddybär-Handyhülle. Ähm, generell so 3D-Handyhüllen. Ich liebe die. Ich finde die, ich weiß nicht, ich finde die so nice. Und, äh, die hat jetzt auch nicht so viel gekostet. Deswegen, ja, bei Handyhüllen werde ich schwach. Die muss ich bestellen. Genau. Hier sind auch so Pfoten. Dann so Bärabdrücke. Hier haben wir den Bären. Und hier steht auch nochmal Bier. Hier sind auch nochmal die Pfoten. Ja. Und so sieht die Fahnenendung aus. Wie gesagt, das hier ist halt so ein Popsocket, den man dann so rausziehen konnte. Genau. Na ja, aber ich habe es dann festgeklebt. Habe ein bisschen getrocknet. Und, äh, jo. Jetzt ist die ein bisschen stabiler, sag ich mal. Na ja, kommen wir zur letzten Handyhülle. Und zwar ist das eine durchsichtige Hülle. Und zwar ist das eine durchsichtige Hülle. Und das sind so, Hüllen, die sind so wellig. Die sind auch zur Zeit sehr im Trend, habe ich das Gefühl. Zumindest sehe ich die immer bei Instagram bei sehr vielen Influencern, wenn ich mal ein bisschen da die Storys gucke. Und dann wurde ich halt auch geinfluenst. Und habe mir dann auch, äh, diese Art von Hülle mal bestellt. Das ist jetzt die zweite. Ähm, ich hatte schon mal so eine ähnliche. Die war komplett durchsichtig. Und jetzt habe ich hier so eine mit so Monstern drauf. Ich fand die so niedlich. Und halt hier, wie gesagt, dieses wellige Muster. Ja. Ich fand die so nice. Wir können hier auch mal ein bisschen Tapping drauf machen. Dafür ziehe ich mal die Handschuhe aus. Genau. Naja. Hier muss ich aber sagen, bei der Hülle, die hat sich leider schon gelöst. Äh, also diese, ähm, ja, durchsichtige Schicht, sag ich mal, die ist halt hier dran geklebt. Und es hat sich dann leider schon bei der Kamera hier oben gelöst. Und dann habe ich das auch mit Sekundenkleber nachgeklebt. Ich habe dann, äh, von dem Online-Shop den Support angeschrieben. Und habe dann mein Geld auch zurückerstattet bekommen. Weil, ja, ist ja blöd, wenn es kaputt ist. Die hat jetzt nur 2 Euro gekostet, die Hülle. Also es war jetzt auch nicht viel. Aber ich meine, ja, es kam halt kaputt an. Beziehungsweise nicht kaputt. Aber es hat sich halt auch schon, also, es hat sich gelöst, sag ich mal so. Ähm, ja. Ich habe es dann jetzt nachgeklebt. Also ich kann sie ja trotzdem noch benutzen. Sie ist ja nicht ganz kaputt, aber... Ja. Hat ja trotzdem Geld gekostet. Ja. Ich finde die Tapping-Sounds sehr nice. Das war's jetzt auf jeden Fall mit den Handyhüllen. Weiter geht es mit, äh, neuen Triggern. Ich habe mir neue Trigger bestellt. Und zwar neue Pinsel. Als hätte ich nicht schon genug Pinsel, ne? Also, ich habe natürlich genug Pinsel. Ähm, genauso wie Schwämme, Pinsel und Schwämme, davon habe ich genug. Aber trotzdem, man kann nie genug haben. Und dann habe ich mir jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5 neue Pinsel mit so einem welligen Muster bestellt. Und, äh, ja. Genau. Dachte ich so. Die sind ganz cool. Wie bei den Mermaid-Pinseln haben die auch so ein... So eine Art Muster, sag ich mal. Ähm. Ja. Ich ziehe mal kurz die Handschuhe an. Ähm. So. Ja. Wie gesagt, Pinsel habe ich eigentlich genug. Aber gleichzeitig, ja, man kann nie genug von haben. Und die wurden mir dann dort auf der Webseite, ähm, empfohlen. Auf der Startseite. Und, äh, ja. Da konnte ich dann nicht weiter scrollen. Ich habe einfach diese Pinsel gesehen und gesagt, kommt, ich bestelle euch mit. Und, ja, die sind in der Farbe Pink. Lila. Nee, das ist Pink. Ja. Das war halt dieser, ähm, also das war der Grund, äh, warum ich die dann auch mitgenommen habe. Wie gesagt, auch wie bei den, ähm, Mermaid-Pinseln. Ähm, die sind halt so wellig. Und ich meine, meine Pinsel haben ja auch dieses, äh, also ich zeige es euch mal kurz. Oder hier habe ich sie. Dieses wellige Muster. Dass man mit dem, äh, Pinselstil auch Sounds machen kann. Und so ähnlich sind die, ähm, diese, äh, ja, wie nennt man die? Sieht ein bisschen aus wie so ein Einhorn. Wie dieses Horn, äh, vom Einhorn. Könnte man sagen, Einhorn-Pinsel. Ja, die haben auf jeden Fall auch so ein Muster, so ein ähnliches, was dann so Scratching-Sounds macht. Ja. Ja. Genau. Naja, und auf jeden Fall von den, äh, so. Waren, äh, fünf Stück dabei. Ja, zwei so kleine, so ein mittel, also so, ja wie sagt man, so mittelgroß, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, der ist ein bisschen kleiner. Ja, dann hier, den, äh, den großen. Genau. Das ist auch ein cooler Sound. So, jetzt könnte es ein bisschen lauter werden. Ich hab jetzt hier ne Plastiktüte, deswegen seid vorgewarnt. Ähm, ich hab mir ja mehrere Motive nochmal bestellt, äh, vom Diamond Painting. Ähm, ich hatte bei meiner letzten Bestellung mir, ähm, das erste, oder nee, das zweite Mal Diamond Painting bestellt. Ich hatte einmal zu Weihnachten mir bei Teddy so ein Verein Euro, so ein Weihnachtsmann Diamond Painting gekauft. Und, äh, das hatte mir dann so, ja, wie sagt man, also es hatte mir einfach Spaß gemacht. Äh, ich wollte gerade sagen, es hatte mir so viel Spaß gemacht, aber, naja, so viel Spaß gemacht hat es mir nun auch nicht am Anfang. Naja, naja, egal, auf jeden Fall. So, im Nachhinein hatte ich dann aber doch wieder mal Lust drauf und ich hatte da, äh, gesehen, dass es, ähm, von Taylor Swift Motive gibt. Und da ich zur Zeit in meiner Swifty Era bin, äh, musste ich mir natürlich diese bestellen. Und, äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, die hier zu machen. Es war natürlich auch ein bisschen anstrengend, es hat mehrere Stunden gedauert. Und ich hab halt alles auf einmal gemacht. Ich kann das halt nicht, dass ich dann sage, joa, ich brech jetzt ab und mach dann später oder morgen weiter. Ich muss alles, äh, in einem Ruck das halt schaffen, weil dann liegt es so unordentlich rum. Und, naja, ich wollte die Trigger dann auch fertig bekommen, natürlich. Das waren hier sechs Stück von der Era's Tour, die verschiedenen Outfits. Und der letzte hier. Genau. Naja, das hat mir mega viel Spaß gemacht, die zu basteln. Ich hatte dann nebenbei meine Serien, ähm, geschaut. Und das war dann ganz praktisch. So bin ich mit den Serien vorangekommen. Und nebenbei hab ich neue Trigger gebastelt. Und das hab ich vorhin auch schon gemacht. Denn, äh, ich hatte vorhin auch schon angefangen mit, äh, einer Verpackung, die hab ich schon aufgemacht. Und hab schon das Diamond Painting, äh, gemacht. Und hab nebenbei eine neue Serie angefangen. Auf Disney Plus, wie gesagt, unbezahlte Werbung. Und die nennt sich Trigger. Hab bis jetzt, äh, drei oder vier Folgen geschaut und kann's, oder ich kann es euch sehr empfehlen. Laut. Naja, auf jeden Fall hab ich hier, ähm, weitere Motive. Vielleicht kann man das schon erkennen. Das ist, ähm, ja, der Skelettkopf von The Nightmare Before Christmas. Hab ich die doppelt bestellt. Sind die doppelt angekommen? Ich weiß gar nicht. Weil ich habe vorhin schon, äh, angefangen mit The Nightmare Before Christmas, ähm, die Diamond Paintings zu machen. Ich mach das mal ganz kurz auf. Nein, das sind andere Motive. Den habe ich, also das ist der einzige, den ich dann jetzt zweimal habe. Aber, äh, aber, ja, ups. Ich dachte halt einfach, das ist ganz cool. Trick or Treat. Ähm, das ist dann ganz cool für die Halloween-Videos. Ich möchte ja natürlich dieses Jahr auch wieder Halloween-Content machen, wie die letzten zwei Jahre. Und, ähm, ja. Da sind ja dann solche, äh, Diamond Paintings mit Halloween, denke ich mal, auch sehr nice für. Genau. Hier haben wir auch noch mal einen von dem Film Hocus Pocus. Mit den Sanderson-Schwestern hier. Winnie Fred habe ich sofort erkannt. Achso, oder? Ah, nee, doch, das ist Diamond Painting. Ich dachte gerade, das sind Untersätze, aber hier sind, äh, die Zahlen drauf. Ganz klein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Eins und zwei. Auch nochmal so ein Kürbis. Und wieder, äh, ja, das Skelett. Genau. Ähm, muss ich mal gucken. Ich werde die alle jetzt nach und nach machen. Und diese Trigger werdet ihr dann wahrscheinlich erst wieder an Halloween sehen. Die werde ich dann aufbewahren. Vielleicht werde ich sie auch vorher mal in einem Livestream, äh, benutzen. Ich gehe jetzt auch wieder auf YouTube, äh, ja, was heißt regelmäßig live. Also, ab und zu. Ich, ähm, bin meistens abends ab 22 Uhr live, wenn ich Lust habe. Ähm, vielleicht werde ich die Trigger mal im Livestream dort benutzen. Aber, ähm, so in den Videos, ja, erst mal nicht. Also erst dann an Halloween, damit es auch was Besonderes bleibt für Halloween. So, jetzt habe ich aber Untersetzer, die ich euch gerne zeigen würde. Ich habe das nämlich eben verwechselt. Ich dachte, die Diamond Painting Motive eben waren die Untersetzer. Aber, nein. Äh, das war das Diamond Painting. Jetzt, äh, sind wir aber bei den Untersetzern angekommen. Und zwar habe ich, ich habe jetzt hier auch nochmal so einen Holzspieß für ein bisschen Tracing. Ich habe mir solche Weihnachtsmotive bestellt. Genauso aus dem gleichen Grund wie mit Halloween. Einfach für die Weihnachtsvideos dann, die dann, ja, so ab November, Dezember hier auf diesem Kanal losgehen werden. Ich denke mal, so Halloween, Herbst, das ist für mich halt immer so September, Oktober. Und dann so die Weihnachtszeit, weil Halloween ja dann auch rum ist. Beginnt dann so ab November, Dezember. Und ich denke mal, so ab November wird es dann so winterlich hier auf dem Kanal losgehen mit Wintercontent. Und dann so Ende November, Anfang Dezember befinden wir dann uns dann auch in der Weihnachtszeit. Und dafür habe ich hier auch verschiedene Untersetzer hier mit so einem Lebkuchen, Lebkuchenhäuschen in so einer Winterlandschaft. Und natürlich Schneeflocken. Ich weiß gar nicht, also ich weiß selber gar nicht, wie die ganzen Motive aussehen. Ich habe einfach Weihnachtsmotive gesehen. Ich habe es mir auch gar nicht genau angeguckt. Ich habe es einfach mit in den Warenkorb gemacht. Deswegen sehe ich die auch jetzt eigentlich zum ersten Mal. Hier haben wir auch wieder so eine ähnliche Weihnachtslandschaft mit so einem Schneemann. Hier auch so einem schönen... Ist das ein Lebkuchenhaus? Äh, nee. Das ist ein ganz normales, ich glaube, Backsteinhaus, ne? Ja. Mit einem schönen Vordergarten hier. Und einem süßen Schneemann. Ja. Bäume. Hier haben wir als nächstes den Weihnachtsmann. sitzend in der... Joa. Ich würde jetzt einfach mal vermuten Weihnachtswerkstatt. Trinkt hier schön, glaube ich. Oder? Ah, nee. Was hat denn der da in der Hand? Ist das ein Zettel? Ich dachte erst, das ist eine Tasse. Ich sehe das gerade so komisch. Das reflektiert so. Äh. Naja. Es wird wahrscheinlich ein Zettel sein. Naja. Dann haben wir hier einen Eisbär. Auch in einer Schneelandschaft. Ich weiß nicht, ich finde Eisbären, das sind so schöne Tiere. Jedes Mal, wenn ich die aber sehe, weiß nicht, macht mich das irgendwie voll traurig. Einfach wegen der Umwelt, wegen, weil die ja so gefährdet sind. Mit der Antarktis und so. Naja. Ich habe mal damals auf Netflix eine Doku geschaut. Unbezahlte Werbung, by the way. Ich muss das immer wieder erwähnen, Leute. Es tut mir leid, ich weiß, es nervt. Ähm. Auf Netflix habe ich eine Doku gesehen. Die hieß Unser Planet. Und da gab es auch eine Folge über die Antarktis. Da kam jetzt auch, glaube ich, letztes oder dieses Jahr auch eine zweite Staffel von. Die muss ich noch gucken. Die erste Staffel hatte ich geschaut. Die war super. Kann ich euch empfehlen. Naja. Falls ihr euch dafür interessiert. Falls ihr euch nicht dafür interessiert. könnt ihr euch das trotzdem anschauen, weil das Thema ist wichtig. Es geht nämlich um unsere Erde. Und die gibt es noch einmal. Weiter geht's. Hier haben wir ein Untersetzer. Wieder mit einer Schneelandschaft und Schneebäumen. Und wieder einer Hütte. In einem verschneiten Wald. Hier haben wir einen kleinen Fluss. Oder einen Bach. Der hier unten lang fließt. Oh, und hier sind sogar Weihnachtskugeln, sehe ich gerade. Richtig schön. So stelle ich mir auch so richtig schön das Weihnachten vor. So im Wald hier. Ohne Menschen. Aber wäre auch bestimmt gruselig nachts. Hätte ich ein bisschen Angst, glaube ich, dann. Naja. Jetzt kommen wir zur letzten Scheibe. Und hier haben wir... Ja, ein Elch. Rentier. Vielleicht ein Rentier vom Weihnachtsmann. Auch wieder in einer Schneelandschaft oder auf einer Schneelandschaft. Hier ist der Fluss. Die Bäume. Sind da auch Kugeln? Nee, hier nicht. Ohne Schneekugeln. Weihnachtskugeln. Naja. Ups. Machen wir noch mal ein bisschen Tapping. Genau. Ich weiß gar nicht, welche ich am schönsten finde von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, die mit dem Schneemann. Hier die. Ich glaube, die finde ich am schönsten. Ihr könnt ja mal auch sehr gerne reinschreiben, welche... oder welchen Untersetzer ihr am schönsten findet. Und wie gesagt, dann zur Weihnachtszeit werden diese Untersetzer dann auch ganz, ganz oft benutzt werden. Oder ich werde diese Trigger ganz oft benutzen. Das ist halt auch so das Schöne, finde ich, so an Weihnachten. Oder halt auch an Halloween. Kommt drauf an, ob man es halt feiert oder nicht. Es ist dann halt immer einmal im Jahr. Es ist natürlich traurig, wenn es dann wieder rum ist. Dann heißt es wieder ein Jahr warten. Ja. Aber wenn das Jahr dann rum ist, dann ist es halt wieder da. Und dann ist es halt sowas Besonderes. Genau. So. Da ich leider gerade im Moment nicht weiß, wie viel Speicher ich gerade noch habe, eigentlich checke ich das immer, bevor ich ein Video drehe. Heute habe ich es leider vergessen. Würde ich das jetzt auch, naja, ein bisschen abkürzen. Ich habe das Video, glaube ich, also ich werde es XXL-Hall nennen, weil es halt, es kam auch ein riesen XXL-Paket bei mir an. Ähm, eigentlich, wenn ich, ähm, dort bestelle, sag ich mal, ähm, kommen immer die Sachen, die ich bestelle, in so kleinen Paketen, in so Päckchen an. Aber heute war das so ein riesen Päckchen, was ankam. Ähm, deswegen XXL-Hall, aber vielleicht sieht das jetzt im Video nicht so viel aus. Ähm, wenn ich jetzt nicht alles zeigen werde, ähm, ich habe, äh, also die Regale haben ja schon mal viel Platz, äh, eingenommen. Dann die Diamond Paintings, da habe ich, glaube ich, ähm, fünf Päckchen oder fünf, äh, von diesen Sechser-Päckchen, sag ich mal, bestellt mit, ja, Halloween-Weihnachtsmotiven. Ich möchte das aber auch jetzt nicht alles zeigen, weil es soll ja auch eine Überraschung bleiben. Für Halloween-Weihnachten ist ja auch nicht, also dauert ja auch nicht mehr ganz so lange. Ja, falls ihr das nicht verpassen wollt und falls ihr natürlich neu seid, könnt ihr meinen Kanal auch sehr gerne abonnieren. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Naja, machen wir jetzt weiter mit den letzten zwei... Ah, nee, ich habe noch drei Sachen, die ich euch zeigen werde. Ähm, ich habe ja schon am Anfang vom Video bei der Taylor Swift-Handyhülle erwähnt, dass ich noch weitere, äh, Taylor Swift-Sachen bestellt habe. Und zwar unter anderem, unter anderem diesen Anhänger. Ich habe dafür eigentlich wirklich gar keine Verwendung, aber ich fand den so cool. Das ist, denke ich, also, ich weiß nicht, den kann man bestimmt ins Auto hängen, oder? Ist das so ein Duft-Anhänger? Ich weiß es gar nicht, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe hier eine Schere. Ups. Bala. Das können wir ja mal gucken, ob der auch nach was riecht. Oh, der riecht, glaube ich. Ja. Ja. Ähm. Also... Okay. Ja, okay, das macht Sinn. Es ist ein Anhänger fürs Auto. Ein Duft-Anhänger. Ja, und dann hänge ich den... Boah. Alter, es kommt gerade so eine riesen, riesen Duftwolke mir entgegen. Okay, es riecht... Also, es riecht gut, aber es ist sehr extrem. Ich werde den Anhänger dann einfach mal über Nacht draußen hängen, dass der Duft rausgeht. Und, ähm, ja, naja, auf jeden Fall haben wir hier Taylor mit Like Ever auf ihrem Gesicht stehen. Ja. Das ist die eine Sache. Und dann die andere Sache, die ich noch, ähm, mitbestellt habe. Äh, auch das letzte Taylor Swift-Item, sag ich mal. Diese Geburtstagskarte. Denkt man sich vielleicht jetzt so, hm, Geburtstagskarte? Ich zeig's euch. Ich weiß nicht, ich hab's gesehen, ich muss das einfach mitnehmen. Hier haben wir auch Taylor. Auf der Bühne mäßig. Und hier steht drauf... You're entering your best era. Genau. Und hier kann man auch noch... ...dann halt entweder Geld oder... ...ja, einen Brief rein schieben, sag ich mal. Also selber schreiben und das dann hier rein machen. Genau. Fand ich ganz sweet. Dachte ich vielleicht auch von... Also ich hab, äh, noch ein cooles YouTube-Video geplant. Das muss ich aber auch langsam mal umsetzen. Ähm, da wird diese Karte auf jeden Fall auch drinnen vorkommen. Das wird ein... Na, ich verrate's noch nicht ganz, aber das Video hat was mit Taylor Swift zu tun. Also, falls ihr Taylor Swift mögt... Wie gesagt, ihr könnt sehr gerne, falls ihr neu seid, meinen Kanal kostenlos abonnieren, um nichts zu verpassen. Was steht hier? Ja. Happy Birthday. Hier so Herzen. So. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen lauter. Das sind, ähm... Naja, hier so, ähm... Kringle-Sounds. Nur halt in... Sehr, sehr laut, weil ich das Mikrofon gerade auch laut eingestellt hab. Ne, was ich sagen wollte, ähm... Also, Warnung. Macht euren Ton lieber leiser. Ähm... Ich hab hier... Die letzte Sache, die ich euch zeigen werde. Das sind solche Halloween-Geister, die ich bestellt habe für Halloween. Die ich dann in den Hintergrund hängen wollte. Die sind aber größer, als ich gedacht habe. Weil ich dachte jetzt vielleicht, die sind so ungefähr... Ja, die sind so... Hier sind sie abgebildet. Die sind riesig. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich vielleicht in der Beschreibung lesen müssen, aber... Naja. Ich werde sie, denke ich, mal trotzdem dann hinten, äh... Aufhängen. Im Hintergrund. Weil da sind auch hier so große halt dabei. Und auch nochmal etwas kleinere. Das sieht man ja hier auf dem Bild auch. Das sieht man ja hier auf dem Bild auch. So, ihr Lieben. Das war's jetzt auch schon mit meinem XXL-Shopping-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, die neuen Trigger gefallen euch auch so gut wie mir. Ich bin mit einem zufrieden. Nur mit diesem... Anhänger hier. Ja. Ich dachte eigentlich, das wäre halt ein Anhänger zum Aufhängen. Aber dass der auch einen Duft hat, wusste ich jetzt nicht. Hätte ich einfach nachlesen müssen. Ähm. Das stinkt jetzt ein bisschen, aber da muss ich nochmal lüften. Und den hänge ich dann nach draußen in der Hoffnung, dass der Duft verfliegt. Weil ich dachte, vielleicht ist es auch ganz cool für die ASMR-Videos. Naja. Egal. Sonst bin ich auf jeden Fall mit allem zufrieden. Ähm. Mir gefallen die Pencil. Die Diamond Paintings. Da freue ich mich auch schon ganz doll, die zu machen. Die neuen Untersetzer. Und natürlich meine Handyhüllen. Ähm. Ja. Die Regale natürlich auch. Da bin ich auch sehr happy drüber. Und äh. Ja. Das war es eigentlich, ne? Ja. Ja. Am meisten waren halt wirklich die Diamond Paintings. Genau. Da habe ich jetzt erstmal genug Vorrat. Da könnt ihr euch, wie gesagt, dann drauf freuen. Auf den Herbst, der jetzt bald kommt. Und dann auf den Winter. Ja. Naja. Schaut sehr, sehr gerne unten in der Beschreibung vorbei. Dort habe ich meine zwei weiteren YouTube-Kanäle verlinkt. Falls ihr dort Interesse habt. Also, Interesse habt, vorbeizuschauen, könnt ihr das sehr gerne machen. Und ansonsten, ja. Abonnieren ist kostenlos. Das wisst ihr ja. Ich habe auch eine Kanalmitgliedschaft auf diesem Kanal hier. Wo ich jeden Mittwoch ein neues ASMR-Video hochlade. Nur für meine Kanalmitglieder. Also, falls ihr dort, also, falls ihr dort, oder, falls ihr Interesse habt, könnt ihr sehr gerne auch unten, ist der Link drinnen, ähm, unten vorbeischauen. Und dann, ja, genau. Ja. Danke für eure Zeit. Dankeschön für euren Support, ihr Lieben. Und vielleicht sehen wir uns ja ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Danke. Danke. Danke.